Bunny's Diary Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bunny's Diary. Jetzt bei der aktuellen Hitze sammeln sich sehr gerne mal Fliegen im Kaninchenstall an und das kann für die Kaninchen ganz schön gefährlich bzw. sogar tödlich werden, wenn die Fliegen ihre Eier bei den Kaninchen ablegen. Und deshalb habe ich heute 5 Tipps für euch gegen Fliegen, um dieses Horrorszenario zu verhindern. Schreibt mir davor auch gerne noch in die Kommentare, ob ihr schon irgendetwas gegen Fliegen macht und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Mein erster Tipp ist zwar sehr basic, aber sehr wichtig und zwar das regelmäßige Ausmisten. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr mindestens alle 2-3 Tagen die Toiletten eurer Kaninchen ausmistet, damit der Geruch von Ammoniak, der beim Kaninchenpipi entsteht, nicht sehr penetrant wird, da dies die Fliegen enorm unlockt, weil sie den Geruch von Ammoniak sehr gerne mögen. Neben den Ausmisten könnt ihr aber auch ein Streu verwenden, welches den Geruch größtenteils verhindert und ich benutze da sehr gerne Zulu. Zulu ist ein Pellet-Einstreu, welches man mithilfe vom heißen Wasser aufquellen lassen muss und den Geruch von Ammoniak aber kaum durchkommen lässt, wodurch die Fliegen natürlich nicht angezogen werden. Ich habe euch hier die Anwendung auch nochmal genauer gezeigt. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox, wie ihr es kaufen könnt und mit meinem Rabattcode bunnies-zulu-diary bekommt ihr 10% auf eure Bestellung. Also schaut da gerne mal vorbei und probiert das Zulu mal. Aktuell gibt es auch in Nachfüllpackungen. Natürlich muss man aber trotzdem aus hygienischen Gründen mindestens alle 3 Tage die Toilette ausmisten, aber die Fliegen können auf jeden Fall reduziert werden. Mein nächster Tipp gegen Fliegen ist Pfefferminze. Pfefferminze im Stall aufzuhängen hilft ebenso, nämlich total gegen die Fliegen, da sie diesen Geruch absolut nicht leiden können. Denn Pfefferminze enthält viele ätherische Öle, die die Fliegen nicht mögen und deshalb eignet sich das sehr gut. Pfefferminze könnt ihr in jedem Lebensmittelgeschäft kaufen, aber auch im Gartencenter. Und wie ihr das sehen könnt, habe ich mir einfach so ein kleines Bündel genommen, es mit einem Faden zusammengebunden und über der Toilette aufgehangen. Theoretisch könntet ihr es auch daneben legen, aber dann ist die Gefahr sehr groß, dass die Kaninchen die Pfefferminze auffrissen. Mein dritter Tipp sind Fliegengitter. Wenn es möglich ist, könnt ihr auch Fliegengitter, nämlich im Stall, an den Türen und Fenstern anbringen. Dadurch können keine mehr durchs Fenster durchdringen. Es gibt auch Fliegengitter mit Klebestreifen, die ich euch gerade gezeigt habe. Die könnt ihr zum Beispiel auch ganz einfach an der Stalltür festkleben und auch wieder abmachen. Diese gibt es auch sehr günstig im Baumarkt oder auch in der Drogerie für 2 Euro zu kaufen. Außerdem gibt es auch noch Fliegenfänger. Hier empfehle ich euch, welche ohne Gift zu kaufen. Ich habe meine bei DM bekommen. Und diese könnt ihr im Stall an einer Stelle aufhängen, an die die Kaninchen nicht drankommen. Das ist ganz wichtig, dass die Kaninchen nicht an diesem Fliegenfänger hängen bleiben. Also hängt die am besten sehr weit oben im Stall auf. Man muss ehrlicherweise aber natürlich sagen, dass dadurch die Fliegen getötet werden, so wie ich das verstehe. Und es natürlich auch etwas harmlosere Methoden gibt, die ich jetzt auch schon gezeigt habe. Und zu guter Letzt kann ich euch Lavendelöl empfehlen. Lavendel wirkt nämlich genauso wie Pfefferminze, denn Lavendel enthält sehr viele ätherische Öle, die die Fliegen nicht leiden können. Und ihr könnt natürlich auch frischen Lavendel nehmen und aufhängen, wie bei der Pfefferminze. Aber wenn ihr ein Öl nutzt, so wie ich, solltet ihr darauf achten, dass es bio ist und dass ihr es an Stellen im Stall hintropft, wo die Kaninchen es nicht abnicken können. Und da reichen tatsächlich auch zwei Tropfen, da es sehr intensiv ist. Und das könnt ihr auch wieder in der Drogerie oder auch in der Apotheke kaufen. Ich habe außerdem auch noch so ein Lavendel-Duftsäckchen in der Drogerie gefunden. Also das könnte man theoretisch auch direkt ins Clou legen. Und das war es jetzt auch schon mit meinen Tipps gegen Fliegen. Wenn ihr weitere Tipps oder auch Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder auch ein kostenloses Abo freuen. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Tschüss!